und herzlich willkommen bei einer neuen folge ttt mit dabei heute der atta ja hallo leute der flexor der bladick madin servus badboi lt ja hallo und chris gold und mein name ist der fleik und wir spielen hier auf minecraft willet scheiß das glaube ich wenn man den twitter test da rein wieder eine lange runde mit zehn runden wenn man jemanden tritt das ist ja hier ist die runde ist damit auch eröffnet hier muss ich reingehen okay hier rein keiner schießt ja brauchst du kannst wieder rauskommen ja lass mich mal raus denk dran wenn der trader drückt das kann aber rot leuchten da muss ich hier drücken doch kann er ja wie leuchtet das hier wo martin woher weißt du das ich habe auch schon was gesehen in der richtung mal wie kann ich ja was drücken damit was leuchtet mit dem knopf das kann also der will dass es leuchtet habt ihr schon gemerkt er will dass es leuchtet also das kann jetzt auch mal rein du hast die ganze zeit drauf und wie geht das eigentlich mit dem drücken hier mit er eigentlich ja ich glaube er muss hinten an der wand den knopf drücken das habe ich auch noch mal so sagen da ist so ein grauer knopf doch oder nicht ja in aber funktioniert nicht okay wer weiß alles drin ich war dran wer ist das dauert ja vielleicht ist auch nur einmalig verwendbar oder so kann mir jemand die tür aufmachen nein warum denn auch ich bin vergiftet von rechts also ich bin oder eine von euch wo worden das alter was für ein haufen die wieder könnte ist bei mir ich war im trader in der sekunde also im trader tester was so was mit dir was das mit mir habe ich auch gerade gekauft ob sich was einkaufen im hinderstuhl shop wie soll ich nur in der sekunde einkaufen der hinderstuhl hat kein shop ich glaube ich lass darauf an komplexe du bist da gerade hochgekommen bleib doch mal ruhig ja irgendjemand ist gerade gestorben ja der war vergiftet so süß leddick was machst du da was machst du da ich stehe weg gehst du hier weg aber ich habe eher angst dass du mich aber als ja was mache ich ich mache doch nichts ja noch nicht ja vielleicht gleich ne ja merkst du das geht bleibt ja von meinem türmchen weg okay dann bist du braver blättig ich habe Angst keine dna wo keine dna lecker wer toll gehst du weg hier was du schleichst du das ja bei der leiche rum weißt du ich würde was soll ich mit dem machen ich würde jetzt einfach aus prinzip blättig abklatschen weil er so schön da hinten rum rennt so flag was ist hier mit dem wasser falsch habe ich auch gott ist im haus ne ich habe voll schaden gekriegt in dem loch unten hau ich fall gleich einfach so rum ich wollte jetzt sagen wer die schaden gegeben hat wenn es wasser war ja keine ahnung was das ist ich habe vielleicht wiederbelebt er ist weil ich gerade ins wasser gefallen bin diese ausrede ich bin gerade ins wasser gefahren ja natürlich bei mir ist es heute so eine sniper und wer kommt davon oben und nach unten nach oben ja sicher wenn wir haben medkit dankeschön bitteschön vielleicht hat lexel auf dem gewissen ich habe keine sniper da kommt jemand hoch fertig gehst du bist so ein böser camper da da natürlich macht mir echt angst ich weiß dass ich etwas weise war was ich gerade getan habe vielleicht in der leiche rum exo ist tot ok ok er schießt da auf mich ich glaube ich habe nicht auf dich geschossen du hast doch nein habe ich nicht das war der martin das war der martin von oben flexor ist ein traiter gewesen ihr seid einfach alle auf einem punkt was soll ich denn da machen aus und dann der eine der den ich dann weggekriegt haben der wird dann noch und noch wiederbelebt und ich halte den idioten auch noch ja natürlich und von fand ich gut ich bin hinter black soul und der packt in dem moment eine avp aus dachte ich mir auch ok kann man machen also ich denke mir einfach nur in der sekunde so mhm bleddick war der einzige der in dieser einen richtung war irgendwie habe ich was auf mich bekommen aber glaubt man das mit der avp merken viele gar nicht genau so wie ihr ist wenn ich bemerkt habe dass ich mit doppelgängern gelaufen bin und außerdem nur weil jemand die avp ist es nicht dass er könnte die auch vom twitter genommen haben aber wenn alle leben aber wenn alle leben ja klar das ist das schönes übrigens dass das grüne nicht so schnell angegangen ist vorhin das war auch ich vorsichtig ist es auf tnt da passiert nichts hat er die falle funktioniert nicht ich wollte maria so oft hochjagen ich habe den finger so oft gedrückt er einfach nicht hochgegangen dafür hat einer das schwein hochgejagt und alle gekillt ich schläft hochgelagd ach martin meine ich martin ist tot hat er ist hier mit mir gewesen der ist auch verwundet ich war in dem haus also entweder hinter mir hinter mir hinter mir hinter mir der dte ist tot und ich rufe ihn badboy mein freund leg mal die shotgun weg ok hast du ihn hier abgeknallt nein ja ich hab auch gesagt chris ist es und chris im red so easy wo kommt der schuss her ne also oder was war das überhaupt mit was hast du mich eigentlich gekillt wem ja dte mit dem schwein das schwein ist hochgejagt worden oh schweinerei kannst du das schwein hochjagen mhm das ist ne traitor falle sehr lustig gefällt mir konnte ich auch nicht aktivieren vorhin irgendwie war das bisschen blöd martin wäre nämlich auf jeden fall weg gewesen dann hätte ich ruhe gehabt das war nämlich der einzige der mich permanent verdächtigt hat und mit recht im endeffekt aber aber trotzdem dann muss ich irgendwann die notbremse ziehen und die hat mich dann endgültig verraten pass auf das loch ist da gefährlich und jetzt werde ich nur noch nur noch inno sein ich hab's grad gesehen das loch da unterstetigen wird außer ich war außer ich und das dass ich mich mit dem wasser verletzt hatte das war auch meine eigene schuld weil ich vergessen hatte dass ich die falle aktiviert habe wieso springen die hier alle runter weiß ich nicht selbstmordgefährdet also ich will nicht runter springen ne würde ich auch nicht da unten ist jemand ja der chris ist glaube ich da runter gefallen ich soll mir roter gucken auch Grapplinghook bitte Grapplinghook ja ich will es wirklich holen ja geschossen ja war die mal geschossen geschossen hat er also ich kann es nicht gewesen sein können viele gewesen sein das ist das Problem ähm noch sind wir viele ja ich glaube Atta hat gerade eine AWP ausgepackt nein ganz kurz hatte er eine nein also ich wäre verdammt vorsichtig nein also ich bin bei bad boy nicht ganz sicher vielleicht du sollst nicht lügen du sollst nicht lügen das steht in der bibel das war extrem lang plötzlich krass dass wir die entität geklaut wurde nein du läufst hier bei mir rum oder ja schießt jetzt ja auch in das gebäude rein ja 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 ich habe nur die die sg552 die p 2 2 8 hau den bad boy nicht meistens eine brandgranate hier ins wasser ich auch bei mir habe warum weil ich das waschen themen möchte ich noch warmes wasser ja das ist verständlich wo das plasma wo ja da von wo du kamst ja alle wieder auf ein hauch also ich habe nur eine granate und es ist es morgen noch der dt schmeißt mich hier fast den wasserfall runter als ob wirklich bereit schieben das geht ja glaube ich sogar du kannst einen reinschieben oder kriegst du nicht weiter hat den schwimmbach wenn ich dich mit dem reichskrieg mit agro war da rein hauer da mussten abflug und da bin ich nicht runter das stimmt schon wieder christine christine du musst nicht traurig sein das also was ich habe gehört ich habe kein schott gehört christoph geschützt kann man hat ja auch stimmt okay totes bett heute da liegt eine leiche das tut martin was machen wir das schönes mit dir wieso mit mir ja warte mal bis ich da oben bin hat er ist ich wollte mir die dna holen gut unter wasser ist es cool ich brauche einen sniper zu verkaufen ich habe eine ok doch aber jetzt kann ich dir auch eine geben du brauchst mal einmal treffen und er ist auf mich wurde das schwein aktiviert er hätte die möglichkeit gehabt ganz weit weg aktivieren ja aber er stand hinter dem baum hat er hingeschaut ich habe auf sich drauf geguckt aber ich habe ich habe es nicht aktiviert vertraue mir da oben auf dem turm da war ich wollte mal angucken ich habe euch alle positionen gesehen bitte natürlich auch zu sagen ich bin gerade so gegangen moment mal hinten hinten da ist ein t da oben links ist es flexo ist es flexo ist es o leiput wo bist du hin unter unter dann bist du safe gut 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 weil du hättest mich ja zehnmal töten können ja auf mich wurde auch das schwein aktiviert ja von mir bad boy ja ich bin so blind nein auch like von mir ihr schweine richtig zwei life hatte ich noch gehabt black sagt noch ja hier ist christin sniper ja der ist es keiner reagiert und dann sagt er irgendwann der dta black ist es ja ich habe lenkt nur gesehen wir von da hinten aus war und davon daraus kam halt ein schuss ja ja das war schon zwei minuten ja weil er es dann wieder aufgetaucht ist das problem aber dann wollen das ist wahrscheinlich christ dort plasma christian mal gut geregelt jetzt runde war die ich will auch mal kindersprache sprechen ich habe gesehen wie du das schwein anvisiert hast leute wenn man tot ist bitte nicht mehr sprechen das auf hat aber mal für die leiche nicht wieder defizitiert ja genau das ist wahrscheinlich ja steht da drauf und ich hier leiche willst du wieder ich stand nur hier vorne er wurde schon infiziert übrigens habe ich jetzt gerade kann aber hier runter kam und du schlag lag oder stand ist da ich habe ich nicht gesehen ich bin hundert prozent hat sie ich habe keine verletzungen sicher misst nein der gerade über dir war ich habe ich schon ausgeräumt ich habe ich schon ausgeräumt ich lasse mich mal testen vielleicht bin ich positiv äh wer ist denn dieser hast du hast du gesehen einfach wegen dna von was von bad boy den habe ich erschossen achso kann ich ja nicht wissen wie er halt so wirklich äh dreimal seine maus nachjustiert hat um dieses schwein zu anzuvisieren auf die entfernung und es dann natürlich in die luft geflogen ist hä da hat jemand die voller aktiviert chris oder nur so am rande chris oder atta nee ich war es wirklich nicht ich war hier gerade bei der leiche einer von euch beiden war es ich war es noch hundert prozentig nicht ich bin hundert prozent inno ja warte ich auch warte 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 atta stehen bleiben so chris du nimmst jetzt die golden gun und schießt auf atta aber ich hatte mal den in vermutung weil er genau weil er in der falle noch drin saß in dem detektor noch drin saß und genau auf das haus gucken konnte wo ich hoch gegangen bin ja aber deswegen auch golden gun weil ich mir da halt nicht sicher war aber ich habe eben keine volle aktiviert er hat nur auf das tnt geschossen oder was was hast du gemacht da hast du eine gestorben worden also von dir ich bin ja davon gestorben von dem tnt also ich war es nicht hundertprozentig nein kannst du ja wenn du gewinnen sein oder nicht ich habe wirklich nicht geschossen guck meine aufnahme an ja du musst ja nicht schießen du musst ja du diese hand aktivieren habe ich auch nicht gemacht ich hätte keine dem moment als das passiert ist aber da wurde jemand erhundert ich war es nicht geschossen wenn es nicht nein gerade aufs wasser aufgetaucht so ich höre in den dort nach einer peuse mit einer peuse mit aufgeschossen wer wurde vergiftet hat also wurde vergiftet oder nein ich glaube von hier ungefähr nein weg mal nicht dass es dann bumm macht mit dem schwein ja das schwein ist schön spring 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 im haus ich geh da raus da ist eine traiter volle drin chris hat er ist keine dete da ist eigentlich abgeknallt ok ok chris ist es bladiges proven so ja ich will jetzt wasser gefallen ich will hier raus ich hasse wasser ich will nicht an dieses schwein rankommen das ist irgendwie arg tödlich super super ich hoffe mal ich hoffe mal der ist hier mal nicht am kämpfen ähm guck mal immer nach vielleicht hat einer der beiden auch ein deprimer dabei ne ist immer bei den leichen oh oh ja gut ich bin bei den leichen unten ok hat er ist tot er hat hier eine bombe hingelegt oder sowas so der chris kann es ja nicht sein der ist ja tot das heißt martin oder der flake also martin wo seid ihr denn martin martin ja bist du komm gleich wieder ah wer ist jetzt noch im leben äh ich da ist doch jemand im haus ja das bin ich also oh ich bin jetzt von ausgang es gibt nur rein du bist tot martin wenn du tot bist bitte nicht mehr sprechen ja ja ja